Ich bin heute voll motiviert. Ich habe nämlich gehört, dass die Gemeinde Eugendorf im Flachgau in Sachen Elektromobilität ganz vorne mit dabei sein möchte. Das schauen wir uns heute an. Angeblich gibt es dort Elektrotransporter, Elektroautos, die sich die ganze Gemeinde teilt. Superschnelles Aufladen und das alles mit sauberem Strom aus der Gemeinde. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Wir fahren mal hin, schauen uns das an. Natürlich mit meinem kleinen Helfer hier. So, wir sind jetzt hier mit dem Flachgau. in Eugendorf angekommen und habt da gleich den Bürgermeister und den Vizebürgermeister bei mir. Herr Bürgermeister, wenn ich mit Ihnen vielleicht einmal ganz kurz anfangen darf. E-Mobilität, ich habe schon angekündigt, ist in Eugendorf ganz groß geschrieben. Warum eigentlich? Ja, eigentlich schon. Also wir sind wirtschaftlich sehr starke Gemeinde, haben natürlich viele Automobilfirmen da und wir schauen natürlich, dass wir da am Stand der Technik sind. Ich werde jetzt schauen, dass der Herr Vizebürgermeister mit euch Eugendorf anschaut und ich würde noch bitten, Schatz, dass ihr nicht schnell fahrt, weil die Autogänge so gut, dass sie selten waren sind. Wo ist die erste Station, wo müssen wir als erstes hin, um Elektromobilität zu sehen bei euch? Schauen wir uns gleich die erste PV-Anlage an, die ist gleich 40, 50 Meter gleich neben uns. Bitte. Das ist wirklich heimisch. So spazieren wir ein paar Meter zur Mittelschule im Zentrum von Eugendorf. Die Schule hat eine große Photovoltaikanlage am Dach. Riesen-PV-Anlage da mitten auf dem Dach, was passiert mit dem ganzen Strom? Diesen Strom verwenden wir selbst für die Bauhof Evitus, die wir gerade gesehen gehabt haben, aber wir versorgen damit auch unsere Gemeindeeinrichtungen im Ortszentrum herinnen. Wir stehen da gerade mitten dieser Einrichtungen. Wir haben im Hintergrund einen Kindergarten, neben uns haben wir die Mittelschule, wir haben die Volksschule dabei, Kinderbetreuungseinrichtungen bis hin zum Bauhof und Gemeindeamt. All dies versorgen wir mit unserer PV-Anlage, die wir hier am Dach der Mittelschule Eugendorf installiert haben. Die Evitus gerade angesprochen, ein Transportwagen eigentlich mit einem Elektromotor mit einer Batterie drinnen. Funktioniert das? Ich glaube für die Anwendung, was wir haben in Eugendorf funktioniert das ausgezeichnet. Man kann ein bisschen Vorbild sein mit diesen Bauhof-Fahrzeugen. Die Strecken, die wir fahren, sind ja eher Kurzstrecken. Für das eignen sie sich sehr, sehr gut. Super, dann würde ich sagen, die probieren wir jetzt einfach mal aus. Rein in den Elektrotransporter und das leise Fahrgeräusch genießen. Aber wo kommt der Strom in Eugendorf für Elektromobilität eigentlich sonst noch her? Wir biegen ab zum Bahnhof. Ein paar Schritte dahinter treffen wir Siegfried Jank beim Wasserkraftwerk Grabenmühle. Ein wunderschönes Kraftwerk mitten in Eugendorf, ein bisschen versteckter unterhalb vom Bahnhof. Frage 1, was ist das für ein Bach, der vorbeirinnt? Das ist die Fischach. Und wie viel Wasser rinnt da vorbei? Ja, die Fischach hat im Mittelwasser etwa 4 Kubikmeter pro Sekunde. Und mit dem Kraftwerk können wir bis zu 5 Kubikmeter pro Sekunde verarbeiten. Und jetzt werden es circa 2,5 Kubikmeter sein, was aktuell gerade laufen. Was heißt das in Strom? Also die Währung für Strom ist Kilowattstunden. Wir können maximal bei dem Kraftwerk 117 Kilowattstunden elektrisch bei Volllast erzeugen. Kann man das auch ungefähr auf ein Elektroauto zum Beispiel umrechnen. Wie hoch kann ich meinen Akku damit aufladen? Ich habe gesehen, du hast ja auch ein Elektroauto mit. Genau. Das ist eine spannende Geschichte. Wir haben das wirklich mal ausgerichtet. Das hängt sogar hinten am Kraftwerkerschild. Und da können an diesem Kraftwerkstandort Strom für 2,5 Millionen Kilometer mit einem Elektroauto pro Jahr erzeugen. Da gehen Sie ein paar Runden durch Eugendorf aus. Da gehen Sie ein paar Runden durch Eugendorf aus, ja genau. Dann wünsche ich euch Toi 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 mit dem Kraftwerk. Sieht wirklich super aus. Und Herr Wiesebürgermeister, ich würde sagen, wir fahren weiter. Für 2 Millionen Kilometer haben wir jetzt wieder Strom. 2,5 Millionen Kilometer. 2,5 Millionen Kilometer Strom für Elektroautos werden hier produziert. Na Servus. Im Kraftwerk Grabenmühle wird also Strom für Eugendorf erzeugt. Aber wie kommt der Strom aus dem Kraftwerk dann eigentlich ins E-Auto? Wir machen uns auf den Weg zum Einkaufszentrum und treffen dort Julia Seidel beim neuen Hypercharger. Normalerweise muss man so ein Elektroauto ja ab und zu mal aufladen. Wir heute noch nicht, weil so viel sind wir heute in Eugendorf ja noch nicht herumgekommen. Aber die Julia erklärt uns jetzt, wie denn das mit dem Aufladen funktioniert. Also an diesem Hypercharger kann man eine Ladeleistung von bis zu 150 kW ziehen. Und es gibt dafür drei Möglichkeiten. Man kann es entweder über die kostenlose Stromladen-App freischalten, über die Ladekarte oder über das Direct Payment. Das heißt, es wird über die Kreditkarte abgerechnet. Wie viele so Ladestationen gibt es mittlerweile im Bundesland Salzburg? Also öffentliche Ladepunkte gibt es ungefähr 280. Die meisten davon sind mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW ausgestattet. Und der Rest sogar mit bis zu 150 kW, so wie es jetzt eben da in Eugendorf der Fall ist. Also der hat schon richtig viel Power. Jetzt gibt es ja von der Lade-App eine neue Version. Was kann die alles mehr wie die alte? Genau, so neu ist, dass man sie zu einem gewissen Ladepunkt navigieren lassen kann. Man kann sich seine persönlichen Ladestationen, die man oft besucht sozusagen, als Favoriten abspeichern. Und man kann sich seine persönlichen Filtereinstellungen speichern. Wenn jetzt meine Batterie komplett leer ist, wie lange dauert das, bis ich wieder weiterfahren kann, bis die wieder voll ist? Also das kommt immer auf das Modell vom Auto drauf an. Man kann in der Regel sagen, dass ein leeres Auto am Schnelllader, also der bis zu 150 kW Leistung bietet, ungefähr in einer halben Stunde wieder zu 80 Prozent aufgeladen ist. Danke für die Infos. Wir tanken jetzt gerade mal nicht, weil wir haben noch jede Menge Saft bei uns im Elektroauto. Und fahren erst einmal weiter quer durch Eugendorf. Diesmal geht es in einen ruhigeren Teil von Eugendorf, eine Wohnsiedlung. Dort zeigt mir Vizebürgermeister Robert ein E-Auto, das sich die ganze Gemeinde teilt. So, eine neue tolle Möglichkeit gibt es noch in Eugendorf, hast du mir erzählt, nämlich das Carsharing und zwar mit einem echten Elektroauto. Ganz genau, wir haben es eh am Anfang schon ein bisschen angesprochen gehabt. Wir haben in Eugendorf ein Carsharing-Angebot, sowohl von einem Verein als auch als Gemeinde haben wir einige Autos im Einsatz. Und das ist eins von unseren zwei Elektrofahrzeugen. Das steht hier jetzt in der Angerer Straße. Gemeinsam mit dem Bauträger, wie diese Siedlung errichtet worden ist, haben wir als Gemeinde ein Carsharing-Auto dort aufgestellt. 100 Prozent elektrisch mit der Ladestation gleich daneben. Für uns ein Pilotprojekt, um zu sehen, wie sowas angenommen wird und ob sowas bei uns am Land heraus auch eine Zukunft hat. Sehr gut, dann wünsche ich euch Toi Toi Toi, alles Gute mit dem Carsharing und natürlich mit der ganzen Elektromobilität hier in Eugendorf. Wir haben heute viel gesehen. Wir waren auf den Dächern, wir waren unterwegs mit einem Elektroauto bei einem Kraftwerk, bei einem echten, das das hier alles ermöglicht. Ich wünsche euch Toi Toi Toi, toll gemacht. Danke auch dafür, für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn es wieder heißt Elektromobilität am Punkt. Und jetzt müsst ihr es mir bitte noch zurück zu meinem E-Bike bringen. Aber liebend gerne, das macht mir. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Danke.